So, play like a legend. Ah, let's play like a legend. Welcome to the leaderboard. Ach, give up trotz. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen bei Holstone TV, sagt euch der Opa Mario der alte Sack. Immer noch minus 6 da oben. Par 4, back up the hill, 418 yards, the widest fairway on the golf course. Avoid all those buggers. Second shot up the hill to a narrow green that slopes off on both sides. Airman on the ground, John, he's down there. What's the news? Hello up there. We are checking in down here with Harold Varner III, as he gets sent for his next shot here on the Opa. How close was that to going in the hole? Great shot. Haben sie die Drohne da oben hingehängt, oder? Huh. Now four under par. Currently time for third. Ah. Ah, der weggegangen. Sonst wäre er weggegangen. Ah, wie viel das kann ich irgendwie überhaupt nicht einschätzen, wie viel weg ich muss. This looks like it's got the speed and the line. And mark it down. That's birdie number seven on the scorecard. And that will take him to five under. And that finds him in a share of second. Managing to chase down the leaders. Closing that gap. Gotta like it. Ich trau den Frieden nicht so richtig. Komm gleich gleich hinter der Ecke vor, oder? Let's see what happens here. If you feel brave, you can certainly take driver out. But I suspect a lot of players will lay back with an iron, giving himself a short, yet simple second shot. A birdie here is a must if you want to win. Ich wollte schon sagen, ich wollte doch wohl um die Kurve rumgehen, endlich. Ah. Harold. Aber wer ist da? Ach, wer ist da auch noch da? Wer ist da auch noch da? Wer ist da? Und die anderen sind schon zu Hause. Die sitzen schon bei Kaffee und Kuchen. Die fälle nach links. Ah. Stopp. Boah, ich dachte, der war schon wieder drüber geflogen. Ich dachte, der war schon immer noch zu stark. Soll so aus erst, ne? Das sah erst so aus. Mhm. Äh, schätzt ihn, ne? Ja. So. 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 Und dann wird er sich mit Sicherheit fühlt. Das ist ein guter Chance für die Momentum. Das ist ein guter Chance für die Momentum. Oh. Ach du peins dich, wenn ich jetzt was wünsche, was ich nicht weiß, ne? Gerade so. Und zurückrollend auch noch. Jetzt kommt der John, oder? Jetzt hört er mich nach vorne drauf. Jetzt kommt der John und macht mich platt. Von hinten mit dem Golfcar. Das ist super von Harald Varner III. Ich sage dir was, dieser Mann ist ein Ballstriken-Machin. Lass uns jetzt zurück zum Live-Play. Der Long-Range-Putt kommt hier, wäre es gut, um eine Bombe zu machen, würde es? Bombe. Ja, okay. Die Kurve ist nicht so weit. Von nach vorne weg. Ist ja auch schon mal wichtig, falls nicht und so, ne? Eins. Zwei minus ein bisschen. Zwei minus ein bisschen. So ein bisschen, oder so ein bisschen, so ein bisschen, so. Ah. Das bisschen... Ein bisschen verschätzt, ein bisschen verschätzt. Ein bisschen verschätzt. Ein bisschen verschätzt. 2-3 1-2-3 noch 3 Löcher 3 Löcher 3 Löcher und stehen dort wo sie waren in den heutigen Ranking nach dem 2-3 3 Löcher 3 Löcher 3 1-3-2 3 3 3 Hallo. Oh, hallo. Jetzt mach's aber was spannend, ja? Jetzt mach's aber was spannend. Es ist ein langer Weg, aber ich sage dir was, ich habe es schon gesehen, also da ist eine Chance. Lass mich gucken. Eins. Halt. So, erstmal so. Und dann noch ein Viertel. Ah. Schade. 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 Ach du Scheiße. Das darf natürlich nicht passieren. So was darf nicht passieren. Ja, gut putt, will hold. Just one off the lead after that hole. Welcome to the tee at this par five hole. Go get after it. You say set to Esti. Players are looking for a fast finish on the par five, 550 yards. Second shot does play up the hill, but there's plenty of room to miss your second shot around this green. Must make birdie for the players in the field. So. You're gonna put your foot down. This is as good a time as any. So. Playing from around 240 yards. Only one shot off the pace. Wo ist denn das Loch? Genau da ist das Loch. Na. Was das wird, bin ich mal gespannt, ey. Jetzt rollt der weg. Tschüss. Scheiße. Boi. Ich wäre ja auch zu schön gewesen. Ich hoffe das auch. Ich hoffe das auch, aber ein was das Besseres gucken, ey. So. Oh, ist das schön. Das ist ja schön. Kaffee. Schluck Kaffee. Das ist doch kein Mensch mit. Dann habe ich doch überhaupt nicht gerechnet. So, jetzt nicht verkracken. Jetzt dürfen wir nicht verkracken. Jetzt dürfen wir nicht verkracken. Das müssen wir nachher noch ein Stechen-Diener machen. Das ist gut aus der Tee. Das ist schon gut. Das ist gut. Das ist gut. Du hast die View von wo du standen, Henning? Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Über 300. 200 Yards. Ah. Hoping for a bounce here. Preferably to the left. Okay. 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 you can see why he's waiting. That was a shot of high caliber. Dare I say, Luke, this player has been in the fuego with his approach shots. Another green regulation. Good look at the birdie here. Ah. Oh. Oh. Schon mal näher heransetzen zum Gucken, ey. Okay. Nah, fight. Nah. Game building. That's disappointing. This putt is for a final score of 61. That's half a chance of being hold this one. Gets that one to go down and that'll end the day's work. Yeah.